Willkommen zu Monis magischen Adventszeit und Türchen Nummer 8. Ich stehe hier auf der Main Street unterm Bahnhof. Habt ihr euch schon mal gefragt warum überall hier diese Attraktionsposter hängen? Die hat tatsächlich früher Walt Disney selbst ins Leben gerufen. Denn in Disneyland Anaheim war es so, dass es früher Tickets gab für verschiedene Attraktionen. Das heißt mit den Postern wollte Walt Disney zeigen, wie die Attraktionen, was die Besucher erleben können, was sie zu erwarten haben. Und deswegen wurden die Attraktionsposter ins Leben gerufen. Heutzutage ist der Eintritt natürlich frei für die Attraktionen, die Poster sind jedoch geblieben. Und dann werden wir die Attraktionsposter hängen. Untertitelung des ZDF, 2020